Hallöchen, willkommen zu meinem kleinen Einführungsvideo mit dem Schwerpunkt Akkorde auf der Gitarre. Dieses Video ist jetzt ein kleines Einführungsvideo für eine Playlist, die ich erstellen werde. In diese Playlist packe ich erstmal die gängigsten Akkorde für die Gitarre rein und ich werde dann einfache Stücke machen, wo ihr einfache Akkordfolgen habt, die ihr dann mit diesen Akkorden spielen könnt. Da bräuchtet ihr eben halt einfach nur, wenn ich ein Stück in diesen Stücken gebe ich dann an, welcher Akkorde ich benutze, dann müsstet ihr kurz nachgucken, aha, den, 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 soll ich so und so und so greifen und dann funktioniert das eigentlich vom Prinzip her. Die Rhythmik ist dabei gar nicht mal so wichtig. Die müsst ihr gar nicht eins zu eins spielen können, sondern es geht einfach darum, dass ihr die Fähigkeiten von den Akkordgriffen lernt. Manchmal erkläre ich auch Alternative. Also manchmal erkläre ich die Originalrhythmik zum Anschlagen, manchmal auch eben halt die ganz, eine ganz simple Version. Also da müsst ihr immer mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, weil ich in diese Playlist auch etwas ältere Stücke reinpacke, die ich halt vor diesem Plan, dieses Video zu machen, schon gemacht habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wird eine große Playlist. Dann ist es völlig egal, ob ihr Akustikgitarre spielt oder E-Gitarre, weil die Stimmung dieser beiden Instrumente vollkommen gleich ist. Sie hat sechs Seiten, es ist dieselbe Stimmung, die Akkorde sind gleich. Also jeder kann damit was anfangen. Ich erkläre das hier gleich auf meiner E-Gitarre aus dem schlicht und einfachen Grunde, weil diese Gitarre einen Piezo-Tonabnehmer hat und den kann ich einfach gut recorden, den kann ich gut aufnehmen, sodass man alle Seiten sehr schön gleichmäßig hört. Deswegen, das ist der ganz einfache Punkt. So, das Einzige, was ihr jetzt eigentlich können müsst, ist, dass ihr ganz flugs mal lernt, wie man die sogenannten Griff- oder Akkorddiagramme, wie sie so schön heißen, wie man die interpretiert. Und dazu gehe ich mal in die Großaufnahme von meinem Gitarrenhals und ich blende dann gleich mal so ein Griff-Diagramm ein und erkläre das. Und dann solltet ihr da eigentlich auch, wenn ihr Lehrbücher habt oder eben halt Noten mal so bekommt, eigentlich gar keine großen Probleme mehr haben. Das sollte dann eigentlich funktionieren. Nebenbei, ich erkläre auch die Akkord-Symbole als solche. Viele, wenn man sich oftmals Noten runterlädt, sind gar keine Griff-Diagramme dabei, sondern da stehen immer nur Großbuchstaben dabei oder vielleicht auch noch irgendwelche Zahlen nebenan. Das erkläre ich dann mit dem jeweiligen Akkord. Da ist natürlich irgendwas mit gemeint. Das ist natürlich völlig klar. Alles klar. Gehen wir mal kurz in die Großaufnahme. Dann erkläre ich euch erst mal, wie man Griff-Diagramme überhaupt liest. Ich habe es bewusst mal so hochkant gemacht. Ich kann es ganz gut erklären. Es gibt diese Griff-Diagramme, die ihr rechts jetzt seht, auch liegend, von links nach rechts zu lesen, wie auch immer. Ich finde diese Version aber ganz gut, weil man eigentlich, ja, weil wir auch gelernt haben, von links nach rechts zu lesen. Und deswegen finde ich die Hochkant-Version, weil man dann eben halt mit der tiefen Seite, mit der hier anfangen kann und sich einmal so durchs Griff-Diagramm durchlesen kann. Und wir gucken eben halt auch so auf die Gitarre, dass wir von, wenn wir von oben senkrecht drauf gucken, die tiefe Seite ja zuerst sehen. Deswegen finde ich die Version eigentlich am schlauesten. So, und des Weiteren, wenn man sich vernünftige Noten kauft, einen Songbook oder so, dann hat man eben halt auch immer genau diese Darstellung von der, ne, dass die Griff-Diagramme hochkant zu lesen sind. So, wenn ihr so ein Griff-Diagramm mal überhaupt mal betrachtet, habt ihr oben so eine dicke schwarze Linie. Das ist gleichbedeutend mit dem Sattel, ne, mit dem, mit den leeren Seiten, wenn man so will. Dann haben wir die waagerechten Linien. Das entspricht eben halt den Bünden. Wenn mal eine Zahl an der linken Seite hier steht, dann ist damit gemeint, dass man direkt in den Bund greift. Das kann ja mal sein, dass man einen Akkord relativ weit oben greifen soll. Was weiß ich, fünfter Bund. Ne, dann würde hier eine 5 stehen und dann muss man das Ganze natürlich dann da greifen und nicht hier vorne. Steht keine Zahl dabei, ne, dann zählt man das einfach ab, sozusagen. So, und ich habe als Beispiel hier mal einen C-Dur-Akkord genommen. Ne, ein C-Dur-Akkord, da steht jetzt, dass man auf der ganz linken Seite, also das wäre dann die tiefe E-Seite, nichts greifen soll. Ne, da haben wir da nichts. Dann steht auf der, auf der A-Seite ist der Punkt, den ihr da seht, das ist dann einer der Finger der linken Hand, die irgendwas greifen sollen. Das wäre, der Ton soll im dritten Bund gegriffen werden. Das wäre auch gleichzeitig der Ton C. Das macht in dem Fall der Ringfinger. Ne, auf der nächsten Seite, auf der D-Seite soll man einen Ton im zweiten Bund greifen. Das macht in dem Fall dann der Mittelfinger. Ne, die G-Seite, die ist mit so einer, da oben am Sattel steht so eine, steht so eine Null. Da gibt es zwei Symbole, die da stehen können. Entweder eine Null, das bedeutet, dass man diese Seite leer spielen soll. Oder ein X, das bedeutet, dass man diese Seite gar nicht spielen soll. Das bezieht sich oftmals auf den Anschlag, ne, dass man diese Seite nicht mit anschlägt denn dann. So, ne, die G-Seite also leer. Das, äh, die H-Seite, die soll wieder im ersten Bund gegriffen werden. Das wäre dann, ja, der Zeigefinger, ne. Das wäre übrigens auch der Grundton nochmal. Die hellen Noten in meiner, in meiner, ich bin, ich mache das mit dem Griffdiagramm so, dass die hellen Noten immer den Grundton, äh, markieren, ne. So, ja, und die obere E-Seite, die hätten wir hier wieder, ne, da sind wir ganz rechts. Die wird wieder leer gespielt. Das ist wieder so eine Null oben hier, ne. Okay, ich glaube, soweit kann man es checken. So, das muss man natürlich jetzt alles zusammengreifen und nicht nacheinander. So, das sieht dann so aus, ne. Der Ringfinger, dritter Bund A-Seite, der Mittelfinger, zweiter Bund D-Seite und der Zeigefinger im ersten Bund auf der H-Seite. Das sieht dann so aus, ne. Ich versuche mal, ob ich einen Sound hinkriegen kann. Ich habe meine Gitarre ja etwas doof hingestellt hier. Ja, ne. So, ich habe es mal von oben nach unten angeschlagen, also die hohe Seite. So, und an der tiefen Seite, da steht jetzt, äh, so ein X. Das bedeutet, wenn man die Seiten jetzt anschlägt, schlagen wir die tiefe, leere E-Seite, was weiß ich, wenn wir es mit Fingern machen oder mit Plektrum, dann schlagen wir die nicht mit an. Das ist schon alles. Und dann hat man eigentlich diesen Akkord gegriffen. Okay, ne. Jetzt gibt es für Dur-Akkorde verschiedene Aufschreibweisen. Durchgesetzt hat sich eigentlich ein Großbuchstabe für Dur-Akkorde. Das wäre eben halt dann C-Dur. In einigen Noten schreibt man das ganz auf, äh, dann ist es eh klar. Dann gibt es doch die englische Version. Dann wird es mit M-A-J hinter dem C, wird, äh, das Wort, die Bezeichnung Major abgekürzt. Major heißt einfach in Englisch nur Dur, ne. C Major. Das gibt es auch mal in einigen Noten. Und es gibt noch C und das Symbol eines Dreiecks hinten dran. Das ist auch die Bedeutung für einen Dur-Akkord. Also diese verschiedenen Sachen, äh, könnten einem mal begegnen, wobei eben halt Großbuchstabe die häufigste ist. Das hat sich eigentlich durchgesetzt. So, ne, jetzt machen wir mal den, äh, äh, einen neuen Akkord, äh, ne. Ich erkläre einfach jetzt in meiner kleinen Playlist hier die häufigsten Akkorde, die man braucht, um Stücke zu spielen. Das wären einmal Dur-Akkorde und einmal Moll-Akkorde. Machen wir mal einen A-Moll-Akkord ganz kurz. Den erkläre ich auch mal ganz schnell. Da seht ihr ja wieder. Also, wenn wir von links nach rechts anfangen, bei einem A-Moll-Akkord hat die tiefe Seite ein X. Das heißt, die schlagen wir schon mal nicht mit an. Dann wird die A-Seite selber leer gespielt. Ne, da habe ich hier oben so eine Null. Dann, äh, sollen wir mit dem, äh, Mittelfinger am besten im zweiten Bund auf der D-Seite auch die Note E greifen. Dann sollen wir die G-Seite auch im zweiten Bund greifen. Das mache ich dann jetzt mit dem Ringfinger. Ne, die beiden Finger sind beide im zweiten Bund. Dann ist der Zeigefinger bei diesem Griff auch im ersten Bund auf der H-Seite und die obere E-Seite wird auch leer gespielt. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, weil meine Hand das verdeckt. Das ist völlig normal. Ähm, aber die soll leer klingen. Deswegen ist da auch eine Null oben dran. Kann man so weit, glaube ich, äh, so weit, glaube ich, checken. So, ne, dieser Akkord. Angeschlagen würde so klingen, ne. So, ne, wie gesagt, die tiefe E-Seite wird nicht mit angeschlagen. So liest man diese Akkord-Symbole. Welche Finger ihr wann mal auf welchem Bundstäbchen habt. Entweder findet ihr eine gute Erklärung dazu. Ich sage es immer dazu. Habe ich ja gerade eben schon gemacht. Oder es stehen Zahlen an den einzelnen Punkten dran. Das sind dann eben halt diese Zahlen gehen nie über die Zahl 4 hinaus, weil wir eigentlich zum Greifen immer nur die 4, ne, vom Zeigefinger ausgezählt die 4 Finger der linken Hand benutzen, ne. Und eben halt der Zeigefinger wäre der erste Finger, Mittelfinger 2, Ringfinger 3, kleiner Finger 4. Ab und zu gibt es mal Akkorde, wo der Daumen was macht. Dann wird das mit dem englischen, äh, mit dem Buchstaben T für die, für das englische Wort Thump, also Daumen abgegeben. Oder D vielleicht auch, ne. Ist aber ganz selten. Also erstmal, ne, 4 Finger. So, für die Moll-Akkorde ergeben sich jetzt auch ein paar Schreibweisen. So allgemein gängig ist A mit so einem kleinen M daneben. Oder auch wieder ausgeschrieben A-Moll. Ne, aber A mit so einem kleinen M ist eigentlich die gängige Version. In der klassischen Harmoni-Lehre wurde dann, äh, der Buchstabe im Gegensatz zum Du-Akkord einfach klein geschrieben. Also ein kleines A. Ist aber heute ganz selten, dass man das bekommt. Oder es gibt A mit einem Minuszeichen dahinter. Das gibt's auch mal. Oder es gibt eben halt wieder eine Abkürzung aus dem Englischen. Das wäre M-I-N. Ne, in Englisch heißt das Wort Moll oder die Bezeichnung Moll wird als meiner eben halt bezeichnet. Da würde man den A-M-I-N. Das gibt's halt auch mal. Das alles steht, äh, stellvertretend für einen Moll-Akkord. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meiner, äh, ja, mit meiner kleinen Playlist. Und ihr könnt, wenn ihr Akkorde sucht, guckt ihr da einfach nach. Ich werde das wahrscheinlich auch immer mal ein bisschen ausfüllen, äh, diese Playlist. Also ich werde jetzt nicht alle auf einmal. Ich werde erst mal die gängigsten Dur- und Moll-Akkorde da so reinsetzen. Ich werde irgendwann auch mal bestimmt Barré-Akkorde. Das sind Akkorde, wo man eben halt mit einem Finger über mehrere Seiten greifen muss, äh, auch mal reinsetzen. Und vielleicht auch ein paar exotische Kisten. Vielleicht mache ich dafür aber auch, äh, eine andere Playlist. Weiß ich jetzt noch nicht. Muss ich gucken. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß damit. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so gemeint, dass ihr diese Songbeispiele, die ich da jetzt rein, äh, packe in diese Playlist, dass ihr die jetzt eins zu eins unbedingt spielen können müsst. Nein, es geht um die Akkordfolge. In jedem Stück steckt irgendeine Akkordfolge drin. In jedem. Auch wenn es nicht so klingt. Und, ähm, das kann man oftmals mit den gängigen Akkorden, die ihr da findet, äh, spielen. Alles klar. Viel Erfolg! Ja. 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 Ja.